Ja, willkommen bei der Linken. Was erleben wir diese Woche? Eine Regierung Merkel, die nichts tut, obwohl wir in die Weltwirtschaftskrise taumeln, obwohl die von Schröder extra dafür geschaffene Sklavenarmee der Leiharbeiter jetzt aus den Betrieben rausfliegt, obwohl andere Staaten der Welt gewaltige Investitionsprogramme fahren, um Beschäftigung zu sichern. Diese Regierung tut nichts und lobt sich auch noch dafür. Frau Merkel ist eine gerissene Opportunistin, die noch nicht weiß, wohin der Meinungsstrom fließen soll. Und deswegen tut sie nichts. Wir glauben, das Casino, das Spielcasino, das sich Finanzmarktkapitalismus nennt, hat kein Geld mehr verdient, der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Was wir brauchen, ist Geld zur Rettung der realen Wirtschaft, ist Geld zur Erhaltung der Arbeitsplätze, aber kein Geld mehr für die Bankster, die uns in den Abgrund gefahren haben.